Ein Ford Mondeo ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem blauen Fünftürer Platz. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 179 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 34.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Nazi J.Bester